Moin moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Hot Pursuit. Wir machen weiter, wo wir aufgehört hatten. Und zwar bei den Cops. Wir müssen ja jetzt die Cop... Äh, was heißt wir müssen? Wir können ja jetzt die Cop-Karriere weitermachen. Uh, stimmt ja. Uh, ja, wie machen wir das jetzt? Wir können den Porsche nehmen. Wir können den Cayman nehmen. 2,75, der ist 2,94, 2,94. Ich bin Riesen-Muscle-Cuffin. Wir nehmen hier den V8. Ja, leider gibt's den hier im Spiel nicht mit V10. Von daher, warte mal. Wo war denn jetzt Straßenschwerer? Straßenschwerer war, glaub ich, das da. Da war Helikopter, da war Nagelbänder und da war EMP. Okay, jetzt haben wir's. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir können ja EMP einsetzen, aber das Problem ist, äh, er kann ja auch. So. Das war jetzt eine schnelle Ladezeit, muss ich ja mal sagen, ne? Na, dann wollen wir mal. Auf geht's. Wie ich die einfach mal überhole, weißt du? Die Acht-Power und so. So, wollen wir doch mal. Boah, ich muss mich dran gewöhnen. So, ja, mach du mal. Schön für dich. Na, komm, dich krieg ich. Na, komm schon. Zack, bin ich mein Freund. Nicht mitten hier. Na, komm. Ganz genau. Straßensperre in Position vor euch. Na, ja, mach du mal. Ach, schwit, ich hab keine EMP gerade. Na, das ist doch geschafft. Straßensperre außer Gesicht gesetzt. Stunden, Straßensperre außer Gesicht. Hier, Straßensperre 101, sind vor, hier warten Anweisung. Zack. Oh, dann will ich mal sehen, wie du das händelst jetzt. Na, komm. Nein. Alle Einheiten, Straßensperre bereit. Erwarten weitere Anweisungen. Yes. Schön kurvenausfahren. Stimmt's? Ja. Yes. Geht doch. Zehn Straßensperren. Und ich hab ihn sogar mit einer Straßensperre geschnappt. Das ist ja das Schöne. Ja, ich war gerade ein bisschen leiser. Woo. Yes. Da hab ich Goldabzeichen gekriegt. Das war echt mal schön geschnappt. Wie 8 Power und so. Naja, gut. Ich hab's auch durch die Straßensperre geschafft. Von naja. Aber egal. Hey. Macht's ja nix. So, eine neue Belohnung. Zwei neue Belohnungen. Neues Auto. Ne, zwei neue Autos. Entschuldigung. Oder Ausrüstung. Ja, Ausrüstung verbessern. Sauber. Na, niemand? Nein, Straßensperren. Und jetzt? SCBD-Einsatzmitteilung. Jetzt neu im gesamten Department. Der Ford-Sharbi-Interceptor verschafft Straßensperren mehr Stärke und Durchhaltekraft. Straßensperren ist SCBD in Zusammenarbeit mit Ford. Neues Fahrzeug beschafft. Besten Martin DBS. Wow. Sehr schön. Sehr schön. Verführungsisch, leistungsstark und exzellent verarbeitet. Und da fehlt ein Komma, Leute. Weil es eigentlich eine Aufzählung ist. Ihr seid mir ein paar Vollpappnasen. Achso. Ja. Ja. Machen wir das erst. Schnell als erst. Wir müssen mal wieder blablabla. Du kannst hier sein für alles, was du reibst. Bäh. Was muss ich denn nehmen? Achso. Okay. Joa. Nehmen wir mal den Maserati. Nehmen wir mal schön den Maserati. Ich bin ja mal gespannt. Apropos. Neue Maserati. Bugatti und Pagani und was weiß ich noch alles. Da gibt es ja jetzt den neuen Pagani. Ich weiß gar nicht. Har-Hur-Hurikan. Ne, Quatsch. Das war ja mal Lamborghini. Och, wie hieß denn das Ding denn nochmal? Äh. Pagani hatte der ja den Sonder, den Huera, den, ähm. Och, welchen hatten sie denn noch? Ja. Ah, da gab es da ja noch einen. Dies ist eine Trainingsübung, aber du wirst genau so bewertet, als wäre es eine echte Situation. Ups. Egal. Wir sind hier. Ich bin ich. Wow. Das hätte mich fast was gekocht. Austin. Wow. Alter. Der war jetzt extrem knapp. Wow. Na toll. Jetzt habe ich hier... Ich habe es ziemlich stark verpasst, aber egal. Nein, ich werde die nächste Abkürzung nicht nehmen, weil die total sinnlos ist, meines achtens nach... Da fahre ich lieber außenrum, auch wenn die andere kürzer jetzt wäre, aber hey, egal. Oh, oi, oi. Oh. So. Da wollen wir mal ein bisschen Stoff geben hier. Immerhin auch. Ah, haben wir genug Zeit? Wow. Wow. Ja, genau. Jetzt habe ich 10 Sekunden Strafe dafür. Ja. Das ist unfair. Die Stelle ist so scheiße, ne? Das klappt dir gar nicht. Ja, toll. Jetzt hätte ich... Ne, Quatsch. Da muss ich gar nicht lang. Ach, ne. Äh, ernsthaft. Ja, wenn du mit dem Heck triffst, weißt du... Alter, 12 Sekunden. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Das muss drin sitzen. Das muss drin sitzen. Das muss drin sitzen. Okay, da hätte ich jetzt abkürzen können. Ja, genau. Ich glaube, das starte ich nochmal neu. Wäre, glaube ich, besser. Weil der war scheiße. Ich meine, an manchen Stellen kannst du es echt nicht verhindern. Aber trotzdem. Er war... Ja, der war nett. Sagen wir es mal so. Um es mal ganz nett auszudrücken. Naja, egal. Passiert. So. Na, komm. Ja, lass mich fahren. Da geht doch. Danke. Chilie-Mail. Das ist eine Notfall-Situation. Hä? Er sagt zu mir, es ist eine Trainingseinheit, weißt du? Und jetzt auf einmal... Alle Einheiten, es ist eine Notfall-Situation, weißt du? Ups, Alter. Der war jetzt ein bisschen fail. Den hätte ich jetzt nicht unbedingt versammeln sollen. Egal. Zwei Sekunden, was sind da schon? Zwei Sekunden zu viel. Das ist das. Oh, ja, ja. Soll ich nehmen, soll ich nicht nehmen? Dö. Diesmal nehme ich nicht, denn ich will schön auf der Straße zeigen, was ich so drauf habe. Uiuiui. Wow, wow. Alter. Ja, ach, komm. Fünf Sekunden. Komm schon. Was war denn denn jetzt bitte? Ach, komm. Das starte ich nochmal neu. Sorry, Leute, wenn ich den jetzt immer wieder neu starte. Aber das ist scheiße, ist das. Warum ist denn das hier? Egal. Na, komm schon. Ich weiß gar nicht, ob man das ganze Geklicke jetzt gehört hat. Ja, komm. Lass mich fahren. 12,3. More Haste, was? Da stand jetzt irgendwas mit More Haste. Alle Einheiten bitte melden. Das ist eine Notfall-Situation. Und um eins. Händen wir das? Ja, jetzt bin ich einfach mal gespannt, ob ich das diesmal schaffe. Komm, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Ja, geht da. Okay, ich werde nochmal da drücken, nochmal die Abkürzung nehmen. Meilenweg ist so und so. Ja, und wieder so haarscharf vorbei. Warum auch immer. Man treibt es wohl gerne. Scheint mir ja fast so. Yeah. Ich denke, dass ich damit ein bisschen Zeit gespart habe. Aber da fahre ich doch nicht rein. Das könnt ihr vergessen. So. Wir haben jetzt nur 6,9 Kilometer vor uns. Ich habe auch nicht mehr viel Zeit. Wow. So. Händen wir das? Ich muss jetzt erstmal darauf achten, dass ich hier erstmal keinen Verkehr irgendwie reinfahren lasse. Nein. Wow. Wow. Er war klar. 4 Sekunden. Nein, egal. Scheiß drauf. 4 Sekunden sind noch nix. Ah. Ja, genau. Oh, das ist doch scheiß, Alter. Der Wagen ist ja voll nach... Der hat voll untersteuert. Was untersteuert? Ach, come on. Schon wieder 10 Sekunden. Aber werden die jetzt eigentlich schon drauf gerechnet? Oder ja, später. Ich habe gar keine Ahnung. Wow. Ach, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh. Nein. Ich glaube das nicht. Ernsthaft jetzt? Oh, war der Scheißer einfach nur gerade. Ich wollte einfach nur die Abkürzung erwischen. Was ist? Nein. Erwische ich mich. Kann ich da rein? Ja, kann ich. Ich würde jetzt aber auch ordentlich fahren. Wenn ich mir jetzt noch eine Sekunde reinhole... Dann habe ich es verkackt. Dann hat er vergessen. Oder auch nicht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes. So, gerade eben noch Gold gekriegt. More haste, less speed. Mehr Hitze, weniger speed. Ja, ist klar. Glaube ich zumindest, dass das das hieß. Egal. Hauptsache, ich habe Gold gekriegt. Neues Fahrzeug beschafft. Welches? Fort. Yay! Ich habe den Shelby GT 500. Hurra, ich freue mich. Jetzt kann ich den selber. Der stärkste in Serie gebaute Mustang. Ja, von 2010 schon. Mittlerweile gibt es ein stärkere und ein schwächeres Modell. Fort hat ja mittlerweile auch den... Achso, das erste. Fort hat ja mittlerweile auch den neuen GT vorgestellt. Jetzt schon länger her. Was ist denn das? Uh. Nö, ich will mal ein richtiges Hot Pursuit. Yes. Aber sowas von. Sowas dürfen wir fahren. Auch immer noch dieselben. Gut, dann nehme ich den Shelby. Ich liebe ja Shelby. Von daher... Nagelbänder, Straßensperre, EMP und... Joa. Werde ich die erstmal mit EMP schwächen oder mit Nagelbänder dann im Prinzip platt machen. So geht's auch. Ja, ich war gerade ruhig. Egal. Hey. Na, komm. Komm. Ja, kommt da mal her. Mustang, ahoy. Ja, nein, nein. Wir haben eine Notfallsituation auf der Fairview Road. Da, 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 da. Kommt mal her. Oh. Einfach mal wem hier jetzt Hallo sagen. Hatte Kontakt. Fahrzeug ist beschädigt. Oh. Ja, erstmal die da. Ups. Immer ein bisschen Fell gesetzt. Den hätte ich schon mal erwischt. Das wäre gut. Ich sehe dich trotzdem. Den habe ich jetzt voll erwischt. Aber sowas war. Danke. Ja, komm schon. Erstmal schön hinten rein. Hatte Kontakt. Mein Wagen ist beschädigt. Satellitenverbindung unterbrochen. An aller Einheit. So, das wäre Nummer eins. Wow. Verkehrsunfall das Verdächtigende an unserem Standort. So, hätten wir den schon mal. Alle Einheiten. Wassensysteme auf. Nochmal. Verdächtiger Wurst ein Störsender. Hey. Hey. So. Den hätten wir auch. Der wäre auch platt. Ja, komm schon. Na gut. Machen wir erstmal eine Straßensperre. Straßensperreninheiten direkt vor euch in Stellung. Alle Einheiten. Freigabe für EMP-Einsatz. Wiederhole. EMP freigegeben. Over. EMP aktiviert. Ziel wird erfassen. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und jetzt. IMP-Treffer. So, der braucht nur noch einen Treffer und er ist am Platz. Ich habe Kontakt. Ja, komm. Noch eine Straßensperre. Straßensperre bereit. Erwarten weitere Anweisungen. So, der wäre auch schon weg. Straßensperre steht zur Verhaftung. Getroffen hat er den aber, oder? Ich meine schon. Getroffen hat er die Straßensperre auf jeden Fall. So. Aber ich habe den Einten wahrscheinlich schon mit der Straßensperre, glaube ich, erwischt, ne? Zack. Und er wäre der Letzte. So. Hauptsache episch reingedünftet, weißt du, weil ich ihn perfekt getroffen habe. So, 319. Gold. Das ist sehr schön. Irgendwie im Moment, im Moment wohlbemerkt, kriege ich ja noch die ganze Goldmedaille wohlbemerkt. Das wird sich aber ändern dann später, würde ich mal so sagen, ne? Ja. Zwei neue Belohnungen. Und ich bin erstens Aufstieg und wahrscheinlich einen neuen Wagen, denke ich mal. Ich bin Officer. Du wurdest befördert zum... Was war ich? Nochmal Officer 3 oder Officer 2? Officer 2. Officer 2. Ja. Danach kommt dann noch irgendwas. Oh, ne? Neues Auto? Ja. Welches ist es? Wuhu. Endlich mal Labogini. Finde ich sehr toll.